Master Climb Solution Group ist Weltmarktführerin in der Herstellung von mobilen Lösungen zur Regelung des Mikroklimas, Beheizung, Luftentfeuchtung und Lüftung. Das Erbe von MCS geht auf die frühen 50er Jahre zurück, als das Unternehmen namens DESA die ersten Master-Luft-Erhitzer in den Vereinigten Staaten von Amerika hergestellt hat. Jahr für Jahr wuchs DESA weltweit und expandierte in andere Länder. Der Protagonist dieser Expansion war die Master-Marke, deren Inhaber DESA ist. Master wurde und ist immer noch die Marke Nummer 1 weltweit, wenn es um professionelle mobile Luft-Erhitzer geht. Im Jahr 2009 verlegte DESA ihren Sitz aus den Vereinigten Staaten nach Italien. Im März 2011 änderte DESA ihren Namen auf Master Climate Solution, einen Namen also, der mehr Gewicht sowohl auf das Engagement für das Klima als auch auf die Priorität der Master-Marke legt. Master Climate Solutions Group besteht heute aus vier Gesellschaften, die in Italien, Polen, Russland und in China ansässig sind. Als Hauptsitz der Gruppe gilt der Hauptsitz von Master Climate Solutions Italy in der Nähe von Verona. Es ist das Herz der Unternehmensgruppe im Bereich der Entwicklung und Produktion. MCS Italy verfügt über zwei Betriebe und ein Lieferantennetz, das in die MCS-Gruppe fest eingegliedert ist. Um eine richtige Balance zu erreichen, die aus hoher Leistung, niedrigem Verbrauch und geringem Gewicht besteht, werden 90 Prozent der für die Produktion verwendeten Komponenten von Master-Produkten kundenspezifisch angefertigt. Die Tanks werden aus Kohlenstoff Stahlblech hergestellt, das gestanzt, geschweißt und dann mit großer Sorgfalt angestrichen wird, um einen Langzeittank zu erhalten. Jeder Tank wird mit Flüssigkeit einzeln getestet. Die Master-Tanks sind daher von jeglichen Leckage oder Rostproblemen völlig frei. Die elektronischen Baugruppen werden durch Roboter auf einem automatischen Fließband produziert. Jede Platine wird dann einzeln getestet, um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Brennkammer ist das Herz der Heizung. Der Herstellungsprozess besteht aus einer Folge von Operationen, die am aluminierten Stahlblech ausgeführt werden. Scheren, profilieren, stanzen, schweißen, plinschen. Alle Komponenten werden dann auf dem Fließband am schlanken Produktionssystem, Lean Production System, montiert. Es gibt mehrere Linien, die jeweils speziell einem bestimmten Produkt gewidmet sind und die es ermöglichen, die höchste Qualität dank dem hohen Spezialisierungsgrad der Mitarbeiter und der Anlagen zu erreichen. Master Climate Solutions ist der weltweit größte Hersteller von mobilen Gaslufterhitzern. Master Gaslufterhitzer sind dafür bekannt, dass sie langlebig, sehr sicher und sehr zuverlässig sind. Zum Abschluss des Produktionsvorganges wird jeder Erhitzer an Strom und Gas angeschlossen und getestet. Master ist die weltweite Nummer eins, wenn es um mobile Ölheizgeräte geht. Master Diesel Heizgeräte sind für ihre Effizienz, hohe Leistungen und einen geringen Ölverbrauch bekannt. Die Zuverlässigkeit der Master Heizgeräte ist legendär, insbesondere ihre Funktionstüchtigkeit, auch unter extremen Bedingungen und mit Einsatz von unterschiedlichen Ölarten. Diese Effizienz und Zuverlässigkeit werden dank dem Einsatz von dedizierten Komponenten mit einer großen Anzahl von Zwischenprüfungen und mit äußerster Sorgfalt bei dem Zusammenbau erreicht. Der Master XL9 Infrarot-Ölheizstrahler hat eine neue Produktklasse auf den Markt gebracht. Eine einzigartige Kombination von Leistung, Ergonomie und Technik. Der XL9 erwärmt, ohne Luftstrom zu erzeugen. Die westpolnische Master Climate Solutions Central Europe ist sowohl ein Produktionsbetrieb als auch ein Logistikzentrum. In den Betrieben von MCS Central Europe werden elektrische Heizgeräte von sehr hoher Qualität, hervorragender Leistung und Zuverlässigkeit hergestellt. An einer weiteren Produktionslinie werden Universal-Ölheizgeräte, eine umweltfreundliche Lösung, da sie den Biodiesel oder das Abgasöl auf die reinste Art und Weise verbrennen, produziert. Master Airbus sind extrem leistungsfähige, mobile Ölheizgeräte, die für die verschiedenen Einsatzbereiche konzipiert wurden. MCS Central Europe ist auch das wichtigste Ersatzteillager der Gruppe, das Komponenten zu After-Sales-Service-Punkten von Master weltweit verschickt. MCS Central Europe verfügt über das größte Lager von Fertigprodukten. Es ist das Logistikzentrum für Nord- und Osteuropa und mit der neuesten Management-Technologie ausgestattet. Master Climate Solutions Russia in der Nähe von Moskau besteht aus einem Verkaufsbüro und einem modernen Ersatzteillager. Master Climate Solutions China in Shanghai ist auf dem ständig wachsenden asiatischen Markt mit einem Lager für Fertigwaren und Ersatzteile präsent. Master Climate Solutions 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 Vielen Dank.